Warum liegt hier oben eine Schriftrolle eigentlich rum? Ach, die ist da oben gespawnt, nachdem wir die Wolfsgrube zerstört haben, würde ich mal annehmen. Hm. Ah ja, die Phantomhülle zerstören wir gar nicht mal so schlecht, dann könnten wir... wenigstens das Mana nochmal steigern vielleicht, also vielleicht kriegen wir die 14.000 Punkte da zusammen. Hm. Ich weiß, das Ort. Ich weiß, das Ort. Ich weiß, das Ort. Ihr ordet ist klar. Ja? 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 Wir sind die true Masters. Ja? 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 Ja. Ja, da kommt die ganze Meute. Ja? Ja? Ich weiß, das Ort. Ja? Ja? Ich weiß, das ist doch nicht. Ja? So, die kann ich mal zusammenziehen. Habt ihr noch einen Halt dran? Ja, ihr habt noch einen, dann nehmt ihr den auch. So, jetzt müssen wir tatsächlich... Eine halbe Ewigkeit warten. In der Zwischenzeit bewegen wir mal unsere Gobbos. Äh, unsere Untoten, nicht Gobbos. Wir haben ja keine Gobbos. Und uns hier noch einen Trupp Untote. Zombies. Ja, ihr habt noch einen Halt. Interessant, nur Führungspunkte bringt uns zwar nicht mehr viel Aber okay As you please So, ein riesig Tote Armee Und eine Mini-Elfen-Armee Gut, dann muss ich die 20 Minuten, die ich noch habe, nutzen Um einfach Erfahrungspunkte zu sammeln Genau Töten wir einfach Menschen No one will escape Yes Yes Fall in It's important not to make a sound Two swords means double damage Aim for the head Your order is clear Aim for the head Man merkt, dass ich keine Magierin mehr habe Die werden schon längst tot Eyes right As you please Hm Your order is clear Drücken wir mal wieder Speichern Oh ja Die Karawane, die können wir Abwackeln Aim for the head Aim for the head We can do it Together Your order is clear As you please It's important not to make a sound Your order is clear Ah, noch eine Karawane, aber diesmal mit Helebarden-Goblins Your order is clear Die würden wenigstens mehr Erfahrungspunkte geben Your order is clear Halten aber auch um einiges mehr aus I know this place Aim for the head We can do it Together Eyes right As you please Your wish is our command We were born to kill Eyes right I know this place As you please Yes Let's move No one can compare with us Eyes right As you please To the attack We are the true masters Fall in It's important not to make a sound It's important not to make a sound It's important not to make a sound Your order is clear Your order is clear Fall in What sort of tower is that outside your town wall It looks nothing like your other buildings We didn't build it It was already there when our ancestors came to these lands The tower dates back to the time when chaos reigned over this land Our engineers claim that it can control the weather Have you ever tried to activate it? The tower can summon a blizzard We might want to use it when an enemy attacks us But otherwise we don't need it Do you know how to make the tower mechanisms work? The masters of the elements at the foot of the mountain activate the tower mechanisms If you bring a chaos artifact to these statues The tower mechanisms will spring into action We attempted it a few times But there are so few chaos artifacts left in these lands We gave up trying Okay Bring the master of the elements in chaos artifacts The rebels behaupten that the set with the turd The weather can control it I have to bring the master of the elements in chaos artifacts To see him Yes That is what I actually wanted to achieve Yes Chaos artifacts We get from the chaos thing I know this place It's important not to make yourself out of this place I know this place I want to buy this place Because as far as I know I know this place Once gravel was out of this place And once The seltener lager Aber erstmal will ich Zeug verkaufen Feuerballschriftrolle Die brauchen wir nicht mehr unbedingt Holz können wir verkaufen Und Nahrung können wir verkaufen Fall in Fall in At your service Den rest behalten wir Um unsere untote Armee zu stärken Und weil wir Zeug auch noch abgeben müssen Also ja Jetzt können wir uns die Chaos-Knoten holen Für diesen Turm hier Das reicht dann auch vielleicht um meinen Mana noch einmal Zu boosten Auf 600 Also ja den Chaos-Knoten sollten wir Eigentlich Kaputt kriegen Mit der Truppe Die wir hier noch haben We are the true masters No one will escape Yes Aim for the head I know this place I know this place My troops are under attack I know this place We can do it Together Yes 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 I know this place No one will escape Your wish is our command Fall in It's important not to make a sound Yes We are the true masters Charge Eyes right We are the true masters Eyes right Okay das wird langsam nervig Vor allem da die Kompli-Spione We are the true masters Unsere lange leben We'll do our best Your order is clear Das ist schwer zu Meine Güte So Yes As you please It's important not to make a sound It's important not to make a sound In der nächsten Stufe könnten wir theoretisch Großmeister werden Das sind aber 110.000 Erfahrungspunkte Die wir nicht so einfach mal aus mehr Arm leiern können As you please Also mit viel viel Power Gaming It's important not to make a sound As you please It's important not to make a sound I will refer you to the